So, willkommen bei Back to Saturn, Level 15. Das war mein Stuhl, lasst mich. So, ähm, ja, neuer Look, sieht jetzt ein bisschen kleiner aus wie alles, habe ich bei Zero Wail gemacht, hat jetzt nichts mit der Aufnahme zu tun, sondern es war einfach von mir so, es gibt halt bestimmte Fehler, so wie zum Beispiel, äh, der Befehl, der hat nicht mehr ins Fenster gepasst und dementsprechend, ja, vielleicht ist er drin. Wenn er in der Pudel ist, dann bin ich das. Das kann akut werden, vonozig, da haben ich. oh, oh 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 So, erste Welle überstanden. Dachte er und war tot. Ob das für eine Falle ist? Danke schön. Ne, nicht wirklich. So, ach du Scheiße. Ach du, ach du, ach du Scheiße. Ja gut. Wie das für rumspülen hier soll man lieber eine brauchbare Arbeitsmöglichung schaffen. Und das bedeutet aufrufen, ranzoomen. Wo bin ich? Da bin ich. Gott. Die Map besuche ich sich. Okay. Ach, da geht's auch. Ach so, Exit. Gut. Wir müssen... Ich gehe erstmal da, wo die ganzen Gegner herkamen. Das scheint meine brauchbare Taktik zu sein. Oh. Brauchbare Taktik, Alter. Ich bin tot. So für verbrauchbare Taktik. Anfängliche Taktik. Ja, das Ding kann ich noch nicht erlassen. Achso, da werde ich nachher rutschern. Wohl K2, man kann ja normalerweise gar nicht springen. Das ist auch das Exit. Interessant. Oh, ich seh schon wieder nichts. Oh doch, kommt leicht. Zum Glück ist das draus mittlerweile dunkel. Von daher seh ich wieder ordentlich das auf dem Bildschirm. Oh, 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 oh. Park! Gefickt seid ihr. Ja. 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 Das war's für heute. Ich trau dem Ganzen hier nicht wirklich. Was? Er lebt noch? Nicht gut. Gut, da rief man noch nicht hin. Ich vergesse mal, was bei dem anderen Kampf hier war. Was? 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 Jetzt ist einfach so scheiße dunkel drin, ne? So, wir kommen nicht mehr zurück. Das heißt, ich lasse das hier lieber erstmal und gehe dann doch lieber erstmal auf den anderen Weg. Was? 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 Wie? Wie? Dieen fahren nicht drauf, ne? Ja, oder ist der ihr ein weißer neun? ein paar nückel ja, guck mal alle schön her hier ja, etwa raz alter, ich kann mir gar nicht zu reden, das ja fühlst du aufregend? ok, danke oha, hier geht's rum, dann sind da wieder Wundermelcher als wenn ich das gewusst hätte fatze kanacke aha seht ihr, hier ist das Ding von da unten wo wir grad unten waren Digga, wir haben nicht mal ein Fünftel der Gegner besiegt vorbei ist von der Map jetzt her schon relativ gut aussieht guckt mal da guckt mal da guckt mal hier es ist nicht mal alles in der Map ach du scheiße, eingezeichnet äh, ich glaub die Map möchte uns verknüfteln wie viele Gegner gibt's eigentlich 999 oder 454 ich kann's nicht lesen ach, siehste ähm wir wollten ja mal ähm gucken, wir konnten mal hier einstellen äh äh automap äh 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 hat mich letztens gesehen, dass man so einstellen kann bin ich jetzt komplett bescheuert oder äh 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 die gute alte Pistole benutze ich viel zu selten wahrscheinlich weil ich sie wegen Brutel wie nicht mehr gewohnt bin hey, lass mich raus du Arsch so mal gucken, ob ich da rüberspringen kann ja ah, ich kenn mich da raus mit solchen Sachen hier deswegen weiß ich auch, dass das hier wie eine Fall aussieht äh ja doch alter Leute was habt ihr zum Frühstück gegessen wow ne, das würd ich noch mal machen so sieht schon besser aus so jetzt haben wir die gelbe Karte wir müssen also zurück ah, ok, ne, wir müssen auch da unten also die ganzen Stufen man rutscht quasi hier nach unten ist ja das nein hier ist der falsche Weg wir müssen hier lang und und jetzt müssen wir danke, danke danke da langs, ne, doch, genau, jetzt geht hier müssen wir langs ok ok cool aha, interessant da dachte ich halt gerade schon, dass das da ist ein Gegner weil das da so bunt aussah was 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 ich wo nein 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 jetzt hat direkt eine Falle getappt oh oh god ach ach du kacke nein ich wollte nicht rein das lag mich zur sch... die fuck you ach du bist du gegangen hier ist komplett alles verschlossen geworden was der hinfältige kacke alter hm oh man ey also verspächern wir hier f fuck ich dachte ich komme du schäckig handstyle durch aber ich weiß ja gar kein schäckig handstyle oh man oh man oh ich bin nicht gefangen uuuuuh gut also ich muss erstmal reinrennen und muss wieder rausrennen jetzt fuhre ich hier nicht von weiter ja Bullshit was hier wurde jawoll huuuu ess haern oration ho ist ja gar nicht... Ted Klapp hat so geleuchtet da dachte ich ist der denn so ist er für rune och nööööööl wie viele fallen eigentlich noch Da wurde... ab da... Dankeschön... Hier ist nichts mehr falsch, was wir mitgebracht haben... Alter... Alter, wurde... ich kann gar nicht... ich kann gar nicht mehr genug schießen... Oh... Fuck... Oh... 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 Alter... Was geht denn hier eigentlich ab, bitte? Noch mehr? Aber doch klar, dass er noch mal kommt... Ich kenn mich da raus mit seiner Scheiße hier... Die kriegen nie genug, kriegen die hier... Ich steh'n drauf und natürlich guten... Bitches... Oh... Hallo... Hallo... Oh... 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 ich sehe, während die Gehner natürlich perfekt durchgucken können. Ah, komm, mach ich später. Oh, jetzt krieg ich keinen Bock drauf. Oh, meine Freve. Oh Gott, hier ist das gleiche. Ah, achso. Ah, ich war nur noch ein Rückweg gewesen. Jawoll. Was ist der jetzt hier? Alter. Diese, 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 diese... Sprünge sind echt absolut bescheuert. Heißt, ich kann 50 Meter weit hoch springen und werde von jedem Schein weiter hochgeschossen, kann mich aber in der Hoffnung überhaupt nicht normalisieren. Ach, Mann ey, das ist doch Bullshit. Ach, komm, auf. Nee, das macht nicht mehr. Oh, Alter, gucken Sie jetzt her. Ach, jetzt bin ich denn wieder tot. Ja, ich bin tot, komm. Danke. Ach, Mann. Ach, komm, ich bin einfach... Ja, 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 ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Na los, geh auf. Da, das geht doch mal. Die. Ich weiß. Die. Die. りました. So. Klapperoom. Danke. Jetzt kommt auch noch diese Fischer. Ich habe sowas von absolut keine Ahnung, wie das machen soll. Oh Mann, vor allem die überall Fettfänger. Ist jetzt hier gelandet. Ja. Danke für den Knallstoß. Du kleine Ohre. So, von wo kam ich jetzt überhaupt? Von da. Das wollte ich. Danke. 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 Ja, das ist perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, kommt auch ein Oh komm, na fahr' doch klar, hier kann ich ja nicht hochspringen. Na gut denn nicht. Holy moly. Das ist mal ja ein Level Eater extra klasse. Drück ich nicht. Wo ist ja flanken? Ich bin. Das war's für heute. So. Mit. Ich komme nochmal zurück da hin. Mal gucken, was jetzt hier mit dem... Ja, war doch klar. Guck nicht mehr ran. Ach, ist doch schon wieder alles hier gefakt. Ich habe immer noch nur die gelbe Karte. Bin ich überhaupt richtig, muss ich hier überhaupt hin? Oder bin ich denn schon wieder komplett verkehrt? Naja. Scheint richtig zu sein. Oder gab es hier noch was? Ähm. Ne. Gab es nicht, also muss ich hier hin. Gut. Damit stellt sich dann allerdings die Frage, wie es jetzt hier weiter geht. Von hier aus gesehen. Ähm. Ich war da unten noch nicht, muss also hier nach links. Ich glaube, hier kann ich normalerweise nicht lang. Also sollte ich doch noch nicht lang gehen. Gehe ich mal hier unten lang. Ja, okay. Was ist das? Ach so, Töcke. Och, Mann. ad levar Arbeit Morfa 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 Morse Morfa 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 Morf Das war jetzt gerade höchstverschwendet, aber gut. Feiner. Wow. Ich glaube, ich stehnte im Schuss. Wollen wir jetzt schon wieder hin? Was geht da wieder in meinem Bereich, wo ich bereits war? Ach, ja. Oh ne, ich habe noch keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Äh, gut. Ich versuche unten lang zu gehen. Wobei, ich gerade merke, ich komme ja gar nicht nach unten. Ach, das Bullshit, Alter, ist doch... Ah. Na komm. Ich versuche erstmal hier lang zu gehen. Aber hier kommt man normalerweise nicht rauf. Ich versuche noch mal einen Trick-Van. Ich versuche noch nie. Ich versuche noch nie. Wie kann das nicht schauen? Es geht um jetzt nicht so. Ach, das ist ein Trick-Van. Und ich versuche noch nicht, dass es hinterher ist. Oh! Dankeschön! Ich habe hier brauchen wir nicht weiter. Ah, ich komme jetzt hier zu dem Ding. Oh, habe ich bereits. So, jetzt bin ich wieder hier. Ja, bringt mir das jetzt hier irgendwas? Oh Gott, Leute. Hey, jetzt bin ich wieder beim gelben. Da war ich ja gerade erfahren. Ich habe auch nur die gelbe Karte. Ja, ich renne hier nur im Kreis. Gibt es hier noch was gelbes? Äh, da unten, da war ich noch nicht. Da ist, oh Gott. Gut, ich versuche jetzt einfach mal überall hinzugehen, wo ich noch nicht war. Hier unten ist nichts mehr, da oben ist nichts mehr. Hier unten ist bloß noch was. Gut. Äh, gehe ich jetzt mal auch in die Richtung. So, hier einmal lang. Ne, da komme ich nicht hin, da ist nur was Rotes. Da komme ich, da ist es Excel, da komme ich auch nicht hin. Genau. Äh, hier ist was gelbes. Hier war ich bereits. Achso, sie ist wieder offen. Schau mal einen an. Sieg weg. Oder ich muss jetzt sogar lang. Das kann natürlich sein, dass ich gelangt muss. Gut, ich spreche dann kurz. Äh, Blue Key. Gut, dann war es das natürlich mit der Idee, dass ich da laufen muss. Ähm, Blue, Blue, achso. Ja, ist genau das gleiche hier. Äh, One in the circle style. Okay, hier gibt's gar nichts. Hier geht's weiter. Aber hier war ich auch schon. Haul molly. Da unten geht irgendwo noch weiter. Muss ich hier hin? Nein, ich muss hier hin. Hier? Ach, schau mal einen Arm. Die hätte ich ja von Filch übersehen. Oh, Alter. Fotz, nein. Bitches. Knacken. Oh, jetzt mal hier ein bisschen Kettensägen-Style. Ah. So, macht das doch Spaß. Woher bin ich jetzt überhaupt? Achso. Äh, wäre gut. Und... Achso. Geht noch weiter hoch. Boah, Alter. Wer findet solche Levels hier? Das enthält ja jener logischen Logik. So. Wow. Oh. Mhm. Gut. Da geht nicht weiter. Dann versuche ich mich mal in die Richtung zu gehen. Waaah. Aha. Ich glaube, ich muss diesem Fazio folgen. Ah, doch. Ich glaube da... Ich glaube mal, dann muss das kommen rein. Gut. War das klar oder war das klar? Das war so was von klar. Oh, Alter. Ich glaube, nochmal... Und, wenn wir... ... in die Richtung haben. Ich bin jetzt noch mal in den Rücken. Ich bin hier mit mir wie beim Büro drin-Gericht. Oh, ich bin jetzt hier mit 15 Minuten. Und, wenn wir das... Ich bin immer diese Möchtegern-Gern-Möchtegern-Prolle. Oha, 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 oh, da geht einfach. Come on, du rauf. Ah! Oh! 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 Fuck! Oh! 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 Almost ... Ja, wohl, das ist der Kopf. So, die Frage ist, wo wir jetzt sind, habe ich gerade eine Karte bekommen oder sowas? Ne, ne? Wo ist die Post-Taste? Da. Ne. Ich bin also immer noch im gleichen Stadion, was ich nicht weiß wohin mit meinen Gefühlen. Gott, Alter, wohin denn jetzt? Hier war ich überall. Hier war ich da? Ne, da war ich auch schon. Ne, von der Comic sogar. Ne, ich komme von hier. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Okay, also ich muss doch teilen. Hier muss ich hin. Okay, ich kann das nicht allesいく. Du schaust los. Keineaawhy... Warum nicht? So, hier ist nichts. Wow, ich bin begeistert. Ich habe gerade abzugekehlt, was ich eigentlich machen muss. Wir haben immer noch nur die gelbe Karte. Wozu hattest du das? Ich denke, dass ich jetzt gerade alles gelobt, was wir hier gemacht haben. Ist das ein Bergkrat mal wieder? Hier ist die Kichel, oder? Oder doch, hier ist die falsche Tür. Ich bin schon nach Hause. Ne, ich war hier, genau, das wird von mir gekannt. Guck mal, ich bin schon Treppenflug, na. Das ist ein Schalter. Vor allem, hier hinten sind Monster, ich höre die ja auch. Und jetzt, wie ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade absolut planlos, wo ich jetzt hier eigentlich genau hin muss. Jetzt bin ich wieder hier. Oh, Herr, im Himmel schicken wir eine Landkarte. Und deswegen ist auch so schön jetzt hier in der Gesetz. Ach, ne, doch. Hey, wir waren mal. Das war das hier. Hier ist auch nichts. Wir waren nicht so viele, die sind jetzt hier angekommen. Ich glaube, das war nicht so viele, die sind hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gott, wie riesig diese Map einfach ist. Egal, blauer Schlüssel. Der ist... Ach, der sind Spawn Points. Äh, was man kann, okay, okay, man kann mich das gerade gar nicht sehen. Ich habe gerade... Das hier, das sind Räume, in dem Monster lauern, damit sie in die Map teleportiert werden können. Und ich dachte immer, hier sind Gänge, dass hier praktisch fallen sind, dass wir dann aus den Räumen rauskommen und hier reingehen. Na gut, falsch gedacht. Ich brauche einen blauen Schlüssel. Und den finde ich... Nürgenzwo... Wenn ihr einen vor mir findet, kriegt dann Eis. Pauvieren zählt nicht. Digga, bin ich bescheuert, oder? Ich fette dich mit meinem blauen Schlüssel. Warte, werde ich mir nicht mal angezeigt. Automap... Showkey... Ja, da ist aktiv. Pauvieren zu spüren Warte... Pauvieren zu spüren. Pauvieren zu spüren. Pauvieren zu spüren. Okay, Leute, ich habe offiziell keine Ahnung mehr. Das ist auch ein wissiges Konstrukt, das hier. Das sieht irgendwie nice aus, aber gut. Ja, keine Ahnung. Ich hab gerade keinen Plan, wie es weitergeht. Du kommst erstmal weg. So, äh, Füllo und keine Ahnung. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Ich hab schon seit 1913 nicht mehr. Damals, als die Mauer-Liege angemalt wurde und keiner wusste, warum. Wir dachten erst alle, die Marktreise für silberne Farbe ist zu hoch und dafür muss sie die Lieder anstreichen, aber die war ja doch jetzt silber angestrichen. Was hat die überhaupt keinen Sinn gemacht? Ich will die raus. Hilfe. Degg. Ich krieg hier gleich eine Macke. Ernsthaft jetzt. Da hinten, die Rommel, die sind noch alle verschlossen. Aber ich komm doch nicht so hin, außer durch eine blaue Tür und durch eine rote Tür. Aber ich hab wieder einen blauen Schlüssel und noch eine rote Schlüssel. Und ich hab vorhin auch überhaupt keine Ahnung, ob ich da hinten komme, zu dem blauen und dem roten Schlüssel. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Und hier in der Mitte, hier ist noch, wo ich nicht reinkomme. Oh, da komm ich da jetzt mittlerweile rein. Geh mal, ich geh nochmal da hin, weil das ist das einzige, was mir jetzt noch plausibel erscheint und da irgendwie reinkommt. Auf den offiziellen Weg hier rein gibt's? Ich weiß nicht, aber ich hab auch hier verschlossen. Degg, das macht so überhaupt keinen Sinn. Jetzt mal ehrlich, wer baut denn sowas? Es gibt nur zwei Wege. Es gibt einmal den Weg hier. Den hier. Und dann geht's auch noch hier rein, aber da kommen wir nicht rein. Da müsste ich hochspringen, das geht ja schlecht. Also, es geht zwar schon, ja, keine Frage. Aber Vanilla geht's ja nicht. Also kann man nicht darauf ausgelegt sein, dass das geht. Ich versuch's dennoch nochmal, ob man da irgendwie doch drauf kommt. Und ich mich so blöd angestellt habe. Och, schau meine Ahnung. Er ist auf die Ex. Was ist denn das jetzt hier alles? Wow, voll du wieder die Splinterflüsse. Ich bin also in den Secret gegangen. Das hat sich jetzt für mich noch nicht lohnt, weil... Wer hat dieses Secret, die es in blauen Schlüssel braucht, äh blauen Schlüssel braucht. Gut, den gehen wir mal hier hoch. Tja, das macht zu überhaupt keinen Sinn. Der Vorsitzende kann es ja noch weniger sehen, weil da gab es keinen blauen Schlüssel. Alter, also langsam zweifel ich an meiner Vernunft und an der Vernunft des Map-Designers. Und Leute... Nehmen wir mal dieses scheiß Nachtsichtgerät an. Da liegt ja gar nichts mehr. Äh, wie verwirrt man jetzt, weil das hier hat mit dem Schlüssel überhaupt nichts zu tun. Gut, ich geh noch mal nach unten. Zum 50. Mal. Yeah, das Nachtsichtgerät ist jetzt weg. Diese Party-Disco hier. Äh. Party-Beleuchtung. Nein. Boah, Alter. Ist jetzt hier richtig? Ich bin hier falsch. Da, morgen. Äh, hier war noch was Graubes. Achso. Alter, ich kriege ja gleich eine Macke. Ist ja nicht mehr normal. Hab ich irgendwas verpasst? Ich bin hier nicht mehr. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke schön Schönen Sieg Schönen Sieg Was? Was? Warte, wunke ich mal. Da. Warte, 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 warte! Och ne, du! Haaa! Okay, Leute! Diese Mimit ist mir eindeutig. Diese Mimit ist mir eindeutig. Ich bin ja in der Fall, so sarkastisch ach du kacke ne das ist mir schaum